Die Uhr tickt, der Countdown läuft, noch 60 Tage, dann geht's los. Vom 27. Juli bis zum 5. August steigt Europas größte jüdische Sportveranstaltung mit über 2000 Sportlerinnen und Sportlern in 19 Disziplinen. Die European Maccabi Games. Vor diesem Mega-Event halten wir euch natürlich immer wieder über kleine Meilensteine auf dem Laufenden. Der erste Termin steht schon in den Startlöchern. Am 2. Juni zeigen wir euch die Auslosung zu den Spielen und zwar live. Bis es soweit ist, geben wir euch schon mal den ersten kleinen Gruß mit auf den Weg. Hi, hier ist Adel Tawil bei hauptstadtsport.tv und genau die bringen euch jeden Tag die News und Zusammenfassungen der European Maccabi Games. Also bleibt dran, schaut zu hier bei hauptstadtsport.tv Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017